Herzlich willkommen zu einem weiteren strahlender Diamant und leuchtende Perle-Video. In diesem Video geht es darum, wo ihr das VM-Auflockern findet. Damit könnt ihr Nebel auflösen. Dazu müsst ihr nach Weideberg gehen. Anschließend findet ihr nordöstlich die Safari-Zone. Sobald ihr die Safari-Zone betretet, könnt ihr rechts mit diesem NPC reden. Dadurch erhaltet ihr die VM. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.